Hey Internet, heute beantworte ich mal wieder mehr oder weniger ernst eure Fragen. GamerHD fragt JoMarius, wie lang kannst du die Luft einhalten? Nice, Alter! Neuer Rekord! ChuckyLP fragt JoMarius, wie machst du deine Haare? Zigarettenralle fragt JoMarius, bist du ein Zauberer? Warte mal, was hast du denn hinterm Ohr? Du hattest ne Münze hinter deinem Ohr Na wartet! Jetzt zeig ich euch, dass ich wirklich zaubern kann! Hä, das ist meine Münze! Mr.Karto fragt JoMarius, kannst du mal sagen, Blaukreid bleibt Blaukreid? Mann, ich schaff das nicht! Bau, kannst du mir helfen? Du hast mich gerufen? Bist du ready? Und wie ready ich bin! Blaukreid, 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 Blaukreid! Ich bin der Zungenbrecher und ich werde jetzt eure Zungen brechen! Wenn man Bankkokker-Pingpong-Pokal hat, die Bankkokker auf ihrer Bank hocken und Bange gucken, wie die Picken am Pingpong-Gruppen, die Bankkokker von der Flasche Faulkner kochen, dann kochen die Bankkokker! Also noch ein Wiegelagen gab es noch keine Liegewagen, jetzt kann man in einem Wagen liegen und sich in einer Anlage wiegen! Als die Soldaten ihre Sollt hatten, stoppen sie über Soldaten, die ihren Colt hatten, und als die Soldaten, die ihre Colt hatten, bald auch Sollt hatten, als die Soldaten, die ihren Sollt hatten, natürlich das Gebäude hatten! Ich bin ein Keks und kann nicht kochen, ich bin ein Keks und kann nicht reden, ich bin ein Keks und kann nicht schlafen, denn ich bin ein... Hey, das ist mein Keks! Hey, geh 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 geh! Ich bin der Keksbrecher! Alter, ist das nicht der Zungenbrecher? Der sieht voll bescheuert aus! Klau mir nie wieder meine Münze! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Stellt mir ein Aufmerksam für die nächste Folge mit dem Hashtag HerrMarius unten in die Kommentare oder auf Twitter. Checkt noch die beiden Videos ab und folgt mir auf meinem ganzen Social Media-Kram, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank an alle Leute, die in dem Video mitgespielt haben. Links zu deren Kanälen sind unten in der Videobeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, hol da rein, bleib da awesome. Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Bis nächste Woche.